Herzlich Willkommen bei einer neuen Beef Runde. Heute treten an Japan war 1942, Christine Angel und Hanyu Yamikage bei Modern Warfare 2. Die Map ist auf Base und wir spielen 10 Minuten und es kann losgehen. So, Ladebildschirm begann. Jeder gibt sein Bestes und schauen wir mal wer am Ende die Runde gewinnt. Wir spielen frei für alle und ab geht's. Oh, Japan hat den ersten Kill. Nicht schlecht. Machen wir mal weiter. Mal gucken. Das sah für mich jetzt gerade nicht so toll aus. Aber sieht doch mir ja nie so toll aus. Feindliche Aufklärungstrone gesichtet. aum Oh AAH AAU gains WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 und Spielzeit! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Man hört schüttel. 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 Man hört schüttel und präzise. Man hört schüttel. 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 Die Zeit wird knapp. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ende. Hanyo Yamikage hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch mit 1 Punkt Vorsprung. Das war 10 Minuten Beef mit AEDK Mitglieder Japanwar Christine Angel, Hanyo Yamikage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.